Hallo meine Freunde des ewigen Throns und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars. So, ich habe den Imperial Agent bzw. Schaffer, 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 Schaffschütze. Knights of the Eternal Thron, wir spielen weiter. Wir sind ja in der letzten Folge auf dem Planeten, auf den neuen Planeten Iokav gelandet. Das wird's heilen, so. Die Heilprogrammierung. Okay. Das ist nice, aber der Scheiß typisch versaut mir den Weg. Äh, versaut... Versaut mir den Weg, genau. So, hier schon. So. Ich hab jetzt gar nicht mehr auf den Chat geachtet, letzte Folge. Die Folge war schon viel zu lang, ihr seht's ja nach einer Zeit hier. Ich hab's unbedingt merkt, wenn ich die Folgen anfange, also ungefähr so 30, sag ich jetzt. Na. Manchmal ist es aber auch verbuggt. Aber der Planete, der gefällt mir irgendwie, der sieht schön aus. Wird jetzt nicht, wenn der hübscheste Planete, so ein Picknick, möchte ich hier nicht machen. Aber... doch schon sehr geräumig. Und schön eigentlich gebaut. Was ist das hier? Wissenzerobjekt. Geschichte von Iokav, Eintrag 1. Okay. Ich bin gespannt, ob's noch neue Fähigkeiten gibt. Ich hab noch irgendwas geschrieben. Hier ist alles sauber. Ich schreib mal kurz, warte, wo ist hier... Na... Was ist... So. Moment, da hinten müssen wir auch noch rein. Da hinten ist ne Bonus. Die nehmen wir natürlich mit. Hier oben oder unten? Hier oben. Hier wollen ja viel machen. Zumal ist das Ding jetzt eigentlich immer noch da. Wo ist jetzt der Stein hin? Da. Oder was auch immer das sein soll. G-68. Wir sind schon noch ein bisschen überlevelt. Aber zum Glück haben wir ja die bisschen in die Ruhrerfahrung. Was bringt die überhaupt genau? Doppelt so viele EP. Das ist natürlich auch nice. Das ist das nächste Teil. Nächste Teil der Geschichte. Oh, wieder so ein Ding, was man eigentlich vorlesen kann. Eintrag 2. Hier. 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 Okay. Ich mach bloß 45. Mehr mach ich nicht. Dann springen wir hier über den Rand. So. Hier dürfte auch die. Genau. Die Quest weiter gehen. Den hier. Dann werden wir schneller vorwärts kommen. So. Layela ist hier glaube ich. Abadur kennen wir auch noch aus den älteren Folgen. Vorkottet. Haben die mich jetzt schon mal vergeten oder was? Ja gut. Aber die droppen alle nicht. Das ist blöd. Ich frage, ist jetzt hier noch so ein scheiß Wissensteil? Ach, da hinten. Hier ist alles schön verbost. Ne, das ist doch kein Wissensteil. Moment, hier ist doch was vor uns. Warum ist hier so ein Rückkletterteil? Boah. Halt nicht. Wäre geil, wenn man da jetzt hochkommen würde. Oder wäre geil, wenn es hier irgendwie so ein Secret wäre. Was? Oh, was? Schock. 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 Oh, was? Oh, f***ing. Den hier. Werdet ihr auch schon alle Geschichte? So, warte, hier ist immer's faul. Da unten muss doch was sein. Okay. Gibt's ja nicht irgendwas für diese Christ? Ja. 59 km Erfahrung. Wieso denn nicht? So, ihr da. Jetzt mal schön auf den Pfeiler da abzubrennen. Der Pfeiler hat euch ja biskann dich nichts getan. Moment, da hinten müssen wir auch rein, oder? Ich fahr mal kurz rein damit, dann müssten wir ja eigentlich anzeigen, ob es hier noch was gibt. Gut. Richtig. Genau. So, da geht's ja immer noch weiter. Okay. Ich wollte grad sagen, ist jetzt die Tür da zu, oder? Okay. Oh, das drückt. Okay, da runterfallen sollte ich wahrscheinlich nicht. Ich grüße Sie, Besucherin. Was? Arius? Oder Arius? Äh, äh. Gut, dass ich Untertitel anhabe. Hilfe, meine Crew zu finden. Was bist du? Ich will von dieser Welt runter. Ich bin an Bord eines Raumschiffs hierher gekommen. Ich hatte Leute dabei. Sag mir, wo ich sie finde. Ich kann Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte um Neudefinierung. Fehler. Dies ist ein seruvianisches Biom. Sie befinden sich in Sektor 8022 der künstlichen Welt Iokard. Schön, dass das geklärt wäre. Commander? Der Stern sei Dank, du lebst. Du steckst das ja alles gut weg. Ich hätte dich fast angegriffen. Torian? Ich dachte schon, Vaylin hätte dich getötet. Weißt du, wie wir hierher gekommen sind? Ich hatte gehofft, dass ihr mir das sagen könntet. Ich war auf der Brücke. Dann war da ein grelles Licht und ich bin in dieser Daya Im aufgewacht. Umstellt von Maschinen, die versuchten mich zu töten. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen dienen kann. Ich beantworte Anfragen zu Themen wie Geografie, Geschichten, Fehler. Fehler. Eindringling, Störfaktor. Sie verschmutzen den Garten. Zurück! Oh, fuck. Fuck. Ich bin schon verpackt hier. Aber ist jetzt dieser komische Stein jetzt weg? Ja, ein Zahn scheint. Moment, wo muss ich jetzt hin? Darunter, oder? Ach, hier. Warte. Strg-U, 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 Strg-U. Okay. Ach, jetzt. Warte, ich muss kurz mein Interface neu laden. Na, jetzt komm Interface. Jetzt. Jetzt ist das scheiß Teil auch weg. Ich hätte wirklich gedacht, wenn ich da jetzt gestorben wäre. Unverhofft kommt auf. Unverhofft kommt auf. Ey, ich will den Loot aufsammeln. Wurde dann halt nicht. Wir erhalten. Wir reinigen. Reinige das hier. Ja. Genau. Reinige den Schuss. Nice. Oh. Ritter von Sarkul. Sie müssen auf der ewigen Flotte gewesen sein. Sie waren Gefangene, wie wir. Ja, da können wir uns nicht mehr sagen. Gut, so blätter unterhaltsam. Ich glaube kaum, dass Sie aus freien Stücken hierher gekommen sind. Irgendwas hat uns hier zusammen abgesetzt. Und sicher nicht grundlos. Soll das eine Art Test sein? Commander, bitte kommen. Hier ist Teron. Ich höre euch. Meine Kommunikation war ausgefallen. Wie habt ihr ein Signal bekommen? Pures Glück und etwas Geschenk. Läuft euer Tag auch so mies wie meiner? Irgendein grelles Licht hat mich auf der Gravestone umgehauen. Und dann bin ich alleine auf diesem seltsamen Planeten aufgewacht. Wie wir ja auch. Wir sind jetzt nicht mehr ganz allein. Das war noch nicht alles. Hier Fakten. Ich spart euch den Rest. Bis vor kurzem hatte ich noch Schlimmstes befürchtet. Wenn ihr lebt und Torian auch, lässt mich das für die anderen hoffen. Ja. Was immer da oben passiert ist, es hat uns das Leben gerettet. Vorerst. Ich habe etwas gefunden. Ein Museum. Ein Tempel. Was immer es ist, es ist sicher. Ich schicke euch die Koordinaten. Ja. Ausgerechnet der Arbeiterin. Ist es wirklich sicher dort? Ruf das Team zusammen und macht es kampfbereit. Das sind die ersten guten Neuigkeiten heute. Findet die anderen und sagt ihnen, wo wir sind. Bin schon dabei. Ihr und Torian passt bitte da draußen auf euch auf. Vaylin war mit uns auf der Gravestone. Wenn wir hier sind, ist sie es auch. Ja. 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 Bist du da draußen drauf. Hallo. Du kleine Tusse. Ist sie jetzt im Gefängnis oder was? Äh... Texon? Wer ist denn das? Oh fuck... Wer ist dieser Mensch? Wer ist diese Person? Hexen. Hier. Guck mal, ist wieder irgendjemand online. Wer ist das? Legt sie mir doch nicht an. Egal. Ja, man kann hier das Ding aufdutzen. Wie geil ist das denn? Wusste ich jetzt doch gar nicht. Warte, ich muss die Folge beenden, warte. So. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja. Bis bald. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.